Yo, Freunde! Ich melde mich noch mal ganz kurz hier vor dem Video, denn gerade eben ist ein neuer Vlog online gekommen auf meinem RealLife-Kanal. Ich habe ein kleines Trampolin-Battle gegen Kili aufgenommen. Falls ihr sehen wollt, ich würde mich natürlich mega darüber freuen, wenn ihr den ersten Link in der Beschreibung nach diesem Video oder jetzt oder ihr wisst Bescheid. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung ab. Ich würde mich mega darüber freuen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß jetzt mit dem Video. Let's go! Hey, Freunde! Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Channel. Freunde, ihr seht schon, ich bin wieder auf meinem zweiten Account und ich habe mich gerade gefragt, gibt es Skill-Based Matchmaking in Spielwiese? Und genau das werden wir jetzt rausfinden. Wir werden eine Runde Soundwall spielen und mal gucken, ob wir die krassesten Noobs der Welt bekommen oder ob wir vernünftige Spieler bekommen. Weil der Account hat bis jetzt eine Runde gespielt in Season 2 bzw. Kapitel 2 und zwar die Squad-Runde, die ihr letztens gesehen habt. Und deswegen bin ich gerade auch auf die Idee gekommen, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob wir krasse Spieler in Spielwiese haben oder ob es hier auch Skill-Based Matchmaking ist und die Leute einfach absolute Bozeln. Und ja, ich hoffe zweites, weil dann haben wir ganz viel Spaß. Salut, mein Freund! Nein, mach keine zweite Map rein, wir gehen zu mir rein. Hör auf! Okay, Freunde, wir sind in der Runde drin. Scheiße, ich habe keine Sachen, keine Waffen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich kann auch nichts bauen. Hallo? Was passiert hier? Oh mein Gott, erste Runde immer absolut verbuggt, Freunde. Erste Runde immer richtig verbuggt. Mal schauen, ob hier Noobs sind. Oh, okay, er flext auf jeden Fall schon die 90s raus da. Oh, er flext auch die 90s. Okay, Leute, ich glaube nicht, dass wir Skill-Based Matchmaking haben. So wie die Typen hier gerade die Buildings flexen, sind das keine Spieler. Okay, sind das keine Spieler, die zum ersten Mal spielen? Holy moly! Bleiben Sie ruhig, Junge. Leute, ich muss mal hier ein bisschen runter. Das ist mir zu weit oben. Das ist mir zu weit oben, Leute. Ich spiele lieber ein bisschen den Low Ground, als den Extrem High Ground. Nice one. Alter, es leckt! Oh mein Gott, wie es leckt! Junge, kannst du bitte aufhören zu lecken? Alter, es leckt übel! Oh mein Gott! Ist das nur bei mir so, oder? LOL, what the fuck ist hier los? LOL! Alter, die ist die leckt! Killen mich! Ey! Die Lecks killen mich übel! Was war das denn, Alter? Es hat auf einmal außerdem nichts übertrieben geleckt. Wir haben fünf Kills gemacht. Richtig schöne Runde gewesen. Und Leute, damit ist bestätigt, es gibt kein Skill-Based Matchmaking in Spielwiese. Holy moly! Die Leute flexen die 90s rein, Alter. Heftige Runde, aber freut mich, Leute. Freut mich, dann zocken wir einfach ganz entspannt. Eine schmackhafte Runde Zone Wars. Ja, wenn wir mal reinkommen. Okay, schaut gut aus, Leute. Schaut gut aus. Ja, ja. Zack. Erstmal oben kaputt machen. Schöne Sniper. Wir sind also etwas weiter hinten. Doch nicht. Alter, wir sind ganz vorne. Lol. Normalerweise bin ich immer irgendwo da hinten und bekomme dann eine Sniper als Waffe. Aber schaut gut aus, ne? Komm, peek raus und schieß ein bisschen. Oh, schade. Nice one. Schade. Schmackhaft den ersten Kill geholt. Der hat auch gut kassiert. Die sind beide auf jeden Fall extrem low, die da drüben sind. Ich hoffe nur, die killen sich nicht gegenseitig. Ach, wie war das kein Hit? Ja, okay. Der stirbt doch nicht. Schade. Yes. Nice one. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Alter, ich laser die Leute ja komplett gerade mit der Waffe. Was geschieht hier? Freunde. Nein. Meine Armonie ist leer. Oh, wie schade, wie schade, wie schade. Okay, dann reloaden wir mal kurz die MP. Haben wir den ersten down. Haben wir den zweiten down. Let's go. Was ist das für eine Runde Zone Wars? Alter, wie viele Leute habe ich gekillt? Schon wieder fünf Stück? Let's go, Alter. Ihr Mann. Holy moly. Ich würde mal überhoben. Ich habe denen die Ehre genommen. Wie sich's gehört? Wie ist denn in der dritten Runde? Hey, Leute, ohne Spaß. Zone Wars ist zurzeit mein absoluter Lieblingsmodus. Ich hoffe, euch langweilen die Videos nicht. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Zone Wars feiert. Weil zurzeit spiele ich echt sehr, sehr gerne Zone Wars. Und auch ein bisschen viel Zone Wars, sage ich mal. Okay, auf die Range lieber ein bisschen mit der MP rein sprayen. Hat mir jetzt natürlich gut Damage gemacht, der Hund, ne? Oh mein Gott! Wie kann er mich holen? Nein! Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Nein! Okay, Freunde, wir sind in der vierten Runde. Gerade leider übel auf Schnauze bekommen, aber kann man nichts machen, sage ich mal. Wir haben glücklicherweise einen Sniper bekommen. Das freut mich sehr. Und da werden wir vielleicht auch den ein oder anderen... Oh mein Gott! Ah, schade, der wurde weggeholt. Den ein oder anderen weg snipen, wollte ich schon sagen. Unter mir chillt einer. Was auch immer seine Mission ist. Okay. Äh, krass. Hast du meinen Turm runtergeschossen. Bin stolz auf dich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das denn? Wo kam der auf einmal her? Alter, goldene P90. Lass es mir auf jeden Fall schmecken. Okay, einer über mir. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Erwisch mich mit der Trap! Was ist denn jetzt los mit mir? Nein! Das kann nicht wahr sein. Aber ja, Leute. Auch ich habe manchmal solche Runden, wo ich einfach auf Schnauze bekomme. Schade, ey. Richtig dumm gespielt schon wieder von mir. Die Runde davor, aber ja. Ich glaube, der Typ hat noch ein kleines bisschen dümmer gespielt als ich. Verdammt, der hat schon wieder gewonnen. Okay, Leute. Jetzt geht es um alles oder nichts. Dieser Saru-Jan hat jetzt schon zum zweiten Mal gewonnen. Wahrscheinlich, wenn es unentschieden wird mit den Wins, dann gewinne ich, weil ich mehr Kills habe. Aber jetzt muss ich mich richtig anstrengen, denn ich will hier natürlich den safen Wind rausholen und die Leute wegrecken. Komm! Lade nicht so lang! Spiel! Hallo! Auf geht's! Danke. Okay, jetzt wird rasiert, Leute. Jetzt wird rasiert. So dumm gespielt schon wieder. Nice one. Schön Kill geholt. Okay, wir pushen hier rüber. Nice one. Wollt da schnell eine Trap setzen? Ich habe es genau gemerkt, wie er da an die Wand geht, gelotzt hat, der Kollege. Aber nicht mit mir, mein Freundchen. Oh mein Gott! Bruder, ich bin noch nicht in deiner Box drin. Hallo, bist du vielleicht ein bisschen blind oder so? Oh-oh. Oh, das war der letzte. Let's go! Nice, Leute! Da ist der Sieg, Alter. Wie der Sieg sein soll. Okay, wir haben rausgefunden, es gibt Skill-Based Matchmaking nicht in Spielwiese. Freut mich zu hören, aber es kann natürlich dann immer sein, dass ihr die übelsten Maschinen in eure Runde bekommt oder dass ihr auch einfach übelst die Bots in eure Runde bekommt. Kann natürlich alles sein, Leute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und Tschüss! Wieder Eis.